hoch die Schauer an 6 der Abwehr ich dachte es die die Fische erhalten irgendwie nicht so viel aus wenn ein Blut der Alten schon etwas mehr aus Dr. Gartor und das war jetzt in den Top-Tag ich habe das Ding nicht willkommen sehen aber dass es gibt er kotzt gerne auf dich er findet dich halt es war auch mal ein Mensch hier in Rote Sau das ist am Spice tollsten ja kaputt ich denke jetzt kommt natürlich sobald du etwas aktiviert hast dann kommen die natürlich noch mal du musst den Wasserpegel senken bei dem einen Ding Lützchen dann kann es nicht doch er doch die Müsse mehr als die keine Sorge ich dachte weil wir es so erwähnt das ist aber das ist jetzt der erste aus interessiert voll man muss das sind die Toilette oder was sie zumindest aus ohne wahrscheinlich ist eine Toilette und ein Waschbeck ich meine im Knast im Knast gibt's doch Toiletten extra ja aber nicht in diesem Knast man das ist die Werte das ist so ich habe es gehört das ist das ist das ist das Schild und doch das ist an der Decke die Mandel die sind immer an der Decke immer an der Decke toll man diesen vergrüßlich wo ist es ja deswegen sage ja die mann oder sie getötet nein und er droht nicht ich denke dass sie getötet wurde nicht oder ist die musik ist die musik ja gar gerne mal was im klo war schwecken und dann brandkampen ja ich hätte es ist es ist immer wieder was ich kann mir hier ein ganzes nehmt und dann mit anderen links ist verbinden kann ich es jetzt hier können ja doch solltest du können das ganze sollte man ein granaten loswerden dann kann ich den füchern mit granaten ja kannst du schaden in der so gesehen die parasiten die sagen wir die körper übernommen haben ach da ist er ja fika 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 so an die decke gesprungen ja ist er aber wo ist es ist es gibt es doch nicht da ist noch was ich weiß es gibt es doch nicht wo bist du alter dann das dreck sie wollen wir nach der auchnahme ist ja schon noch einmal eine wilde geil aufnehmen können wir machen aha da ist er ja dann kann ich mich wieder mal ein bisschen ab reagieren hier ja jetzt hat die musik auch aufgehört schade dass du noch kein blaues auge gefunden also die brauchst du noch ja gut sondern auch erhält äh ist ja sonst noch was so da geht es weiter wahrscheinlich erst mal gerade zurück kann man sich einfach dahin so hier geht der Hase liegt jetzt hier Louis Louis hat eine Notiz geschrieben Louis nicht Louis Louis wäre französisch Louis Notiz einige Parasiten haben die Fähigkeit ihren Wirt zu beherrschen unter Biologen ist dies bekannt aber man weiß nicht wie die Parasiten es tun naja das ist übrigens eine kleine biologische Anspielung auf Parasiten in der Natur um das Leukloridium ist eines davon das wird glaube ich ja auch noch mal erwähnt durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren über deren Opfer die Los Ganados hier ist eine Liste einiger der Parasiten die die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können Dichrokoelium Dichrokoelium das war ein scheiß Name wenn die Parasiten larven ins Nervensystem der Ameise gewandert ist es dieses ah das kenne ich das kenne ich dass Ameise gewandert sind verändern sie deren Verhalten wenn es abends kühler wird klettert die infizierte Ameise an einer Pflanzempo und beißt sich dort fest das ist die mit dieser mit dieser Antenne auf dem Kopf ja mit diesen Pilzen ja genau diese Pilze sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen und zwar an einer Stelle an der es am wahrscheinlichsten ist von einem Schaf gefressen zu werden man könnte meinen der Parasit manipuliere den Wirt um in den Körper des Endwirts zu gelangen oh wie er sie Trematoden die Larven dieses Parasiten nisten sich im Gehirn eines Fischs ein dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche wo er so lange bleibt bis er von Meeresvögeln gefressen wird wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will Leukochloridium dieses Vieh ach das ist eklig die Sporozisten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke durch ihre Farbe und ihr Pulsieren gleichen sie Würmern die infizierte Schnecke kriegt ans Ende eines Platz wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit eher gefressen wird wenn er vom Vogel gefressen wurde erreicht der Parasit sein adultes Stadion ok das war etwas Hintergrundbiologie ja die eine mit der Ameise kann ich tatsächlich auch aber die andere nicht ich kann doch nur die Ameise und das Leukochloridium das ist da ist Wasser drin da kannst du nicht runter du musst erst in Wasser spiegeln etwas senken ja Klimawandel im Gefängnis aber eigentlich ist alles ruhig ja da ist es werden auch keine mehr kommen denke ich ja da rein da findest du jetzt glaube ich auch die Lampe drin die du brauchst für die Augen äh 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 ich denke nicht dass sie irgendwo Schlangen sind in dieser ja da ist die Lampe du hältst Lampe äh statt einfach das Wort eine noch davor zu schreiben nein wo hältst Lampe sieht wie ein Ventil zur Entwässerung aus Wasser ablassen nein äh ich weiß gar nicht wozu das dient soll ich lass das Wasser nicht ab ok abgebummt Papa natürlich kommt gleich wieder komische Insekten AAH hallo äh 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 Fickvieh aber du kannst froh sein die gibt's nicht so oft im Spiel AAH 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 Fickvieh das gibt's doch nicht die sind auch voll scheiße weil sie einfach so vor der Decke kommen und auch immer die so überraschend total mach mal Ostblau ist eindeutig ein Blau aus vielleicht findest du noch eins aufs aufs einfach mal da aus der Tür da kommt gleich noch eins wurde da oder ja da da kannst du da konntest du ja gerade nicht rein ja aber da kommt noch einer ja genau also Öl ne 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 Hoffentlich hat er ein blaues Auge, hoffentlich. Falls denn noch eins gewinnt. Naja! So, äh... Das sind 6 Muni. Na gut, das ist total... Bitte lass uns ein Ding sie sein. Ach, scheiße. Okay, da ist nichts drin. Ah, scheiße. Verdammt ey, das ist nur auf der... Scheiße viel Munition in Anspruch, dieses Drexi. Ja. Wann finden wir eigentlich die Ersatzwaffe für die Schrotflinte? Oh... Das ist sch... Etwas später. Hat das noch einer? Ja. Ja. Mit einer so ne Zeit, weil die Schrotflinte ist langsam nicht mehr so ganz, äh... Standesgemäß. Ja. Ja, blau ist gut. Okay, jetzt, jetzt kannst du das Ding machen. Ich wisse schätze. Äh, äh... Äh, achso, 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 äh... Das wollte ich gerade tun. Ähm... Kombinieren. Nicht mit dem. Genau. Achso. Deswegen brauchst du dir. Du hast aber viel davon, also. Mit dem Grün jetzt noch. Dann hast du es. Die anderen kannst du verkaufen einfach so. Achso. Die bringen auch ganz schön viel. Verstehe. Okay. So. Warte. Ich hoffe, dass jetzt keins mehr von den Viechern kommt. Nee, sollte nicht mehr. So, nur noch ein Kristall. Du hast alle besiegt, denke ich. Sollte mich meine Erinnerung trügen? Dann... Ja, tut mir leid. Weil hier ist nochmal Gewehrmunition. Irgendwo ist gerade... Ach, nee. Sollte nicht sein. Ach, nee. Jetzt was passiert. Ach, ja. Ich erinnere mich an den Raum, der jetzt gleich kommt. Der ist nicht schlimm. Wirklich nicht. Aber wird dich vielleicht so staunen. Da musst du da durch. Ah, ja. Okay. Gut. Ja. Da wäre ich jetzt von alleine nicht drauf gekommen. Danke dir zum Stimmen. Okay. Einfach teilen. Ist nicht so schwer. Einfach durchbrennen, sobald du durch ist. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Dann musst du einmal exakt springen, dann passt das. Schon mal hinstellen. Jetzt. Alle? Ja, jetzt. He. Ist nicht so schwer. He. Gut. Und? War schwer. Nee. Nee, 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 nee. Es war nur, nur hoffen, darauf nicht getroffen zu werden. Richtig. Hochklettern. Jetzt bist du gleich wieder am Anfangsraum. Was ist da drin? 1.300. Äh. So. Jetzt. Ööö. Die machen hier so ein voll geiles Ritual. Oh Gott, nein. Ich dachte, komm jetzt. Nein, keine Sorge. Ähm, die kannst du alle auf einen Schlag mit einer Handgranate erledigen. Und die lassen alle was extrem geiles falsch. Wirklich. Wenn du es richtig gut anstellst und nicht darunter gehst oder unterspringst und die alle tripst, dann passt das. Solltest aufpassen. Und sonst kannst du immer wieder sterben, um neu zu starten. Ja, gut. So, aufpassen. Also ich starte noch hier, nicht irgendwie. Ja, du startest dann, ähm, vordertür. Danke. So, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie dich bemerken, sobald du hier bist. Ich denke, du solltest das nicht machen. Ja, obwohl. Bisschen hoch. Ja, jetzt. Na, ein bisschen ist es zu hoch vielleicht. Guck mal. Und? Wie viel? So, okay. Mal sehen. Äh. Äh. Ich würde dir raten, nochmal zu sterben. Okay. Mach die Granate einfach bei dir. Ach so, äh, so, ja, so. 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 Ich mach die Granate bei dir und töte dich. So. So. Klebst du noch? Endshaft. Okay, dann musst du die Brandgranate benutzen. Das ist so schwer, sich selbst umzubringen. Natürlich. Ja. Und einmal... Alter! Dion! Kannst du dich nicht selbst umbringen? muss verschwende nicht die ganze brenn kann ja auch mal nö aber du hast aber ein paar tisch ja ja und doch egal nimm halt einfach alles auf das ist mega viel verschwendet also es war ja dann schon das war halt du sollst direkt ja bringt die ob die ob die granaten in die granaten hier du hast ja auch auf mich weil du hörst du auf mich nur weil ich das spiel ich besser kenne oder ja was ist das überhaupt das ist ein schwert und ein lammhaufen glimmerzeug das ist glimmerzeug das ist wahrscheinlich einfach eine rote götterspeise die kanzler oben drauf ist das zeichen von dem schmacken er soll sich vielleicht heilen sie solltet heilswahl die wäse wenn es zur verwendung für das ding m sollst hochklettern hochklettern da an der leite rechts ja das ist scherz fahrg das scherz und das andere ding da kann es nicht durch du musst du durch die kronleuchter dahin schlagen die grönen nr 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 verkaufen fang petro petro noch nicht machen jetzt hochgebeamt die kürze ist richtig ihr wahrscheinlich steht einer oben und eine runde wenn du unten bist dann steht er auch noch da zum kumpel oder nicht doch nicht er sei noch nach oben hat sich wirklich hochgebeamt verrückt verrückt er hat sich dann eingeschlossen das ist eine maske ok da kannst du die bohrer links wieder rein machen jetzt würde ich ja gerne erstmal speichern oder kommt noch irgendjemand neben petro sollte ein speicherpunkt den sie sind ansonsten springst du einfach runter weil da ist auch eine schreibmaschine ja ich weiß äh ich bin ja jetzt kannst du speichern aber hier was ist eigentlich mit der treppe hier da kannst du oder ist die kaputt nö da kannst du also hier kommen wir ja zu petro kommen wir zu petro hallo petro ja gerade mal gucken was der so welcome hier habe ich hab' Zeug hier ich drehe die drogen ich hab' seltene Ware das ist ein bisschen dmp-monie braucht man ja ja stimmt immer extra geld ist das allstranger ist das allstranger ja ist das allstranger Hehehehe, thank you. Is that all? Hehehehe, thank you. Die Lampe auch? Hast du ja? Ja. So viel Geld. Hehehehe, thank you. Der? Den kannst du auch verkaufen. Hehehehe, thank you. Okay, gut. Jetzt gucken wir mal. Kaufen geht auf. Ach so, äh, kaufen geht auf. Ja gut, wir müssen immer noch, wir haben immer noch zu viel im Momentar, glaub ich. Ich würde aber mal das Gewehr ein bisschen upgraden. So Feuerkraft auf jeden Fall. Hehehehe, thank you. Jaaa, das muss nicht sein. Ja, wir lassen das aber. Wir haben zwar jede Menge Kohle, aber... Ja. Stromgewehr kann selber Kapazität. Ja. Hehehehe, gut, thank you. Ja, das war's, hehehe. Pfeffer kannst du ja gleich kaufen und... Ja. Ja. Ähm... Theoretisch? 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 Äh, ach so. Epsilon, ja. So. So. Das dürfte eigentlich schon reichen. Ich meine, der... Naja, gilt nicht ganz. Ähm, bisschen. So, jetzt müsste es eigentlich reichen. Joa. Vielleicht nicht. Ich glaube, der ist ja nur zwei Reihen hoch. Hoffen wir mal. What are you buying? Nah, Kapu, du kommst nicht raus. Wcher auf den noch! Eлиiiiiiiii... Da ist er, der ist wirklich nur zwei Reihen hoch. Yeah. Okay. Hehehehe Kapu bitte... Nein, ich weiß, hör auf, Dioplin! What are you buying? arezch? He? Ja, dem Minifurfs kommt sich her mascara an. so toll ist er auch uns die dringend hat ich bin aber hätte er in der Köln dort liegt ganz gleich auslusten er habe ich wollte er zählt Prozent Ende machen weil jetzt dort sind und müssen bis bis den nächsten Speicherpunkt denke ich zum Prozent Euro ja doch das ist doch ganz stück also es ist gerade um die Ecke dahinten das gut dann vielen Dank fürs Zusehen kann man sprechen und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss